Hallo zusammen, ich bin es mal wieder, euer Radi. So, da ist das Bild wieder und jetzt kann es wieder losgehen. Euer Radi, ihr merkt es schon, hat hin und wieder mal wenig zu sagen. Dann hat er mal wieder zwei Sachen hintereinander, wie heute zum Beispiel. Warum? Weil ich immer die Sachen so mache, wie ich sie gerade halt brauche oder beziehungsweise wie sie bei mir halt auftreten. Und wenn mir dann einfällt, dass es vielleicht ein guter Tipp für euch wäre, dann mache ich da eben halt auch mal was hintereinander. Ja, heute wäre es jetzt eine Geschichte für all diejenigen, die mit Training-Controller anfangen oder angefangen haben, die nicht im Moment sich um das Thema Makros gekümmert haben. Warum nicht? Weil sie es einfach nicht wussten, dass es sowas gibt, weil es sie vielleicht nicht interessiert hat, weil sie gesagt haben, das brauche ich nicht. Weil sie auch vielleicht ein bisschen Bedenken hatten, sich mit Makros auseinanderzusetzen. Aber ich wollte einfach nur mal eben kurz einen kleinen Einblick geben, was man mit einem Makro machen kann. Denn das ist eine ganz gute Sache. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Also das Thema heute lautet Makro. Ja, was ist ein Makro? Ein Makro ist ein kleines Programm, ein sogenanntes Unterprogramm, eine Zusammenstellung von Programmabfolgen, von Abläufen, die ich mir programmieren kann und die ich im Prinzip dann zu jeder Zeit von jedem Ort aus aufrufen kann. Das heißt, der Vorteil von Makroprogrammierung liegt eigentlich zum Beispiel darin, dass ich halt ein Makro mir anlegen kann, also dieses kleine Unterprogramm mir anlegen kann. Das liegt dann praktisch so in der Ecke und wartet dann halt auf den Aufruf, wann immer ich das brauche. Heißt, direkt erstmal eines, wenn ich mir ein Makro programmiere, dann passiert erstmal gar nichts. Das heißt, jeder kann sich ein Makro testweise programmieren und braucht keine Angst zu haben, dass er sich damit irgendwas zerstört oder dass da irgendwas kaputt geht von seinen Zugfahrten oder sonst irgendwas. Also Makro ist erstmal ganz ungefährlich und hat auch keine Probleme, bringt keine Probleme, wenn ich das mache. Also man kann es einfach mal ausprobieren. Okay, ja, fangen wir mal damit an. Das heißt, ich kann oder wie der eine oder andere oder wie ihr vielleicht schon alle wisst, kann ich zum Beispiel Abläufe definieren, die ich zum Beispiel bei einer Zugfahrt aufrufe, bei einer Lok, die dann irgendwas macht. Also ich sage jetzt mal, ich habe hier zum Beispiel so ein Beispiel auf meiner eigenen Eisenbahn. Hier habe ich zum Beispiel Kirchenglocken, die kann ich hier mit dem Taster aufrufen. Hier habe ich andere Sounds, die ich mal aufrufen kann, wenn eine Lok durch einen Block fährt, durch einen Bahnhof und so weiter und so fort. All das kann man natürlich programmieren. Ich kann auch zum Beispiel bei Loks mir dann das Licht ein- und ausschalten und so weiter und so fort. Aber das Ganze kann ich eben auch über die Makros machen und das gehen wir heute mal an. Ja, wo finde ich die Makros? Die Makros finde ich natürlich wieder im Editiermodus. Das heißt, ich muss hier auf den Editiermodus gehen. Ich muss dann hier bei den Reitern im Bereich Bearbeiten mich einfinden. Wenn ich das gemacht habe, dann sehe ich die Makros hier zum Beispiel ganz rechts außen, hier auf dieser Ecke, da sind Makros. Hier habe ich jetzt für mich schon ein paar Makros drin für meine Bahn, die teilweise schon aktiv sind, teilweise aber auch noch nicht. Beispiel heute würde ich sagen, ich habe mal hier oben für diesen Rangierbahnhof aus der Vergangenheit her mal wieder angefangen, was zu machen, weil bei meiner ursprünglichen Anlage hatte ich das damals auch schon gemacht. Und zwar habe ich einen Weichentest gemacht. Warum? Einen Weichentest aus dem Grund, weil ich mir gesagt habe, naja, die ganzen Antriebe für die Weichen sind auch nicht so hundertprozentig, dass sie immer funktionieren. Manchmal klemmt einer, manchmal schaltet er nicht mehr, manchmal ist er kaputt. Das heißt, man weiß es manchmal nicht. Man hat manchmal eine Zeit, wo man wenig an die Eisenbahn geht. Ja, und wenn man dann wieder kommt, dann muss das alles erstmal bewegt werden oder sollte vielleicht mal erst bewegt werden, damit man überhaupt weiß, dass es noch funktioniert oder damit es nicht dann irgendwann, wenn man es braucht, dann eben nicht funktioniert. Okay, aus diesem Grunde habe ich hier einen Weichentest. Das heißt, ich habe hier einen Weichentest angelegt, da kommen wir gleich drauf. Und zwar wäre er für den Rangierbahnhof Gleis 1, 2 und 3. So, das ist dieser Schalter hier, dieser Schalter. Und dieser Schalter lässt dann diese Weiche, die Dreiwegeweiche und diese Weiche durchschalten. Und zwar jeweils in jede Position, damit man dann eben auch weiß, dass diese drei Weichen hier funktionieren. Ich habe das früher auf meiner Anlage, habe ich alles in einem Makro drin gehabt, alle Weichen und so weiter, die auf der Bahn sind, kann man natürlich machen. Ich habe es jetzt hier einfach nur nochmal angefangen, habe dann die drei genommen, einfach mal, damit man das mal sieht. Und das kann man dann jederzeit erweitern. Das ist übrigens auch ein Vorteil von Makros, sowieso. Ich kann jederzeit etwas ändern, ich kann jederzeit etwas hinzufügen, rausnehmen. Ich kann mir einen Ausdruck von Makros machen, kommen wir gleich zu. Also, wie gesagt, heute dieser Taster hier, ein Makro. Ich mache es mal hier zu. Ich mache mal erst das, was ich hier gemacht habe. Das heißt, ich suche mir erst mal einen Taster, den finde ich hier unter Zubehör. Diesen Taster mache ich einfach mal hier hin und mache mal einen Doppelklick drauf, einfach damit wir mal sehen, wie das geht. Also, ich nenne diesen Taster jetzt einfach Weichentest. Weichentest, sagen wir mal so, Weichentest 1, damit wir da nicht mit den Namen durcheinander kommen. Den Anschluss brauche ich jetzt hier nicht, den Bedingungen brauche ich auch nicht. Und hier kann ich jetzt unter Operationen, kann ich jetzt halt das einfügen, was ich brauche. Ich habe also alle Systemoperationen zur Verfügung. Ich habe Ablaufsteuerung, Zug, was es so alles gibt, habe ich hier. In dem Fall geht es jetzt um Weichen, also suche ich mir die Weichen raus. Und jetzt muss ich mal gucken, was es für Weichen sind. Achso, da oben, genau, diese Weiche ist die Weiche, na komm schon, die Weiche, nun gehe doch da drauf hier. Ja, muss man jetzt wieder wissen, was es ist, ne, ich gehe nochmal da raus. Okay, machen wir es so. So, das ist die Weiche 44, die nehme ich jetzt mal. Die Weiche 44 soll schalten, also gehe ich da nochmal drauf. Den Text hatte ich schon, habe ihn aber nicht abgespeichert, also nochmal. Weichen, Test, sagen wir es dann mal, Weiche 44, dann haben wir es gleich richtig. So, Operation, gehe ich da hin und suche mir jetzt die Weiche 44 raus. Die muss dann irgendwo sein. Wo ist sie denn? www, 44, da ist sie. So, das ist die Weiche. Die kann ich jetzt entweder hier hinzufügen und auch wieder wegnehmen. Oder ich kann sie zum Beispiel mit Doppelklick einfach hinzufügen. Und dann sieht man hier, wie die Weiche jetzt zum Beispiel steht, nämlich in diesem Zustand. Die kann ich aber hier unten umschalten, auf den anderen Zustand, also nach rechts geradeaus. Also jetzt steht sie auf geradeaus, dann kann ich die nach rechts umschalten. Heißt also, ich kann die Weiche dahin schalten, wo ich sie hinhaben will. Aber lassen wir es mal mit geradeaus anfangen. So, jetzt ist es allerdings so, dass wenn ich eine Weiche testen will, dann muss ich und alles, was ich auch mit Makros mache und alles, was ich direkt programmiere, im Train-Controller, muss ich natürlich etwas einschalten und ich muss es auch wieder ausschalten oder umschalten. Sonst hat das ja gar keine Funktion. Bedeutet also, ich fange jetzt mal mit der Weiche 44 mit der geraden Position an. Das heißt, ich gebe jetzt nochmal das gleiche wieder, Weiche 44 hinzufügen und sage die dann auf zum Beispiel abgebogen. Und damit ich das halt hin und her schalten kann, muss ich es halt nochmal wieder tun. Das heißt, ich muss die Weiche dann wieder auf gerade haben. Also gerade umschalten, also gerade ab zwei gerade. Das wäre halt die Geschichte, damit ich alle Positionen durchschalte. So, wo sie dann am Endeffekt stehen bleibt, ist mir dann wurscht. Und auch wenn die Weiche insgesamt auf Abbiegung steht und ich fange mit hier gerade an, dann würde sie auf Abbiegung schalten. Da steht sie aber schon und dann schaltet sie auf gerade wieder zurück. Also habe ich da einmal gefahren und na gut, jetzt müsste man wieder sagen, ja, da müsste man noch einmal die Abbiegung rein haben, damit es auch wirklich ist. Also machen wir noch einen da rein. Ops, das waren jetzt zwei. So, dann nehmen wir nochmal die Abbiegung da rein, damit wir die auch wirklich mit treffen. Also ich sage jetzt mal, wir machen mal viermal die Weiche rein, damit sie also dann eben entsprechend hin und her schaltet. So, das war es eigentlich schon. Aber da gibt es eine Kleinigkeit, die man etwas beachten sollte. Und zwar gibt es die sogenannten Ablaufsteuerung. Da gibt es zum Beispiel Verzögerungen. Und irgendwo habe ich mal beim Train-Controller gelesen, in irgendeiner Bedienungsanleitung oder in irgendeinem Hinweis, dass man Verzögerungen einbauen sollte. Warum? Damit diese Geschichten, die ich hier mache, die das ein- und ausschalten, damit es auch immer vernünftig abgearbeitet wird. Also gehört, das mache ich jetzt einfach immer so, eine Verzögerung da rein. Diese Verzögerung genauso gut wieder hinzufügen. Und die kann ich dann aufwärts setzen. Also, das heißt, ich fange mal mit einer kleinen Verzögerung an. Dann brauche ich wieder eine. Die setze ich dann nach unten, hinter die Weiche. Dann brauche ich wieder eine Verzögerung. Die setze ich wieder nach unten. So, und ich brauche nochmal eine Verzögerung. Und die setze ich wieder nach unten. Und am Ende brauche ich auch nochmal eine. So, und die setze ich wieder nach unten. Heißt also, ich fange mit einer Verzögerung an, schalte die Weiche. Wieder eine kleine Verzögerung, schalte wieder, schalte wieder und so weiter. So, die Verzögerungen haben aber jetzt noch keine Zeit. Deswegen muss ich da einen Doppelklick drauf machen. Und hier habe ich jetzt Stunden, Minuten, Sekunden und Millisekunden. Das heißt, entweder kann man hier sagen, ich mache eine Sekunde da rein. Ja, können wir jetzt mal machen. Dann wird es nicht so schnell, beziehungsweise dann geht es langsamer. Also sage ich eine Verzögerung von einer Sekunde. Das gleiche mache ich dann hier wieder. Doppelklick drauf, eine Sekunde. Da muss man aufpassen, ob man nicht hier irgendwas anders erwischt. Weil dann wartet man lange und es passiert nichts. Und denkt, ja, da läuft ja wieder nicht so, wie ich das haben will. Also immer schön aufpassen, wo man die Zeit einträgt. Sagen wir mal eine Sekunde. Und sagen wir da auch noch mal eine Sekunde. So, hier kann ich das dann sehen. Also ich habe eine Verzögerung. Eine Sekunde, zwei, drei, vier, fünf Sekunden läuft das Ganze. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Und dann schaltet das. Dann sollte das umschalten. Sagen wir mal OK. Sagen wir mal Abspeichern. Und wenn ich dann diesen Taster hier habe. Weichentest 44. Dann sollte das jetzt gleich da oben schalten. So, also ich drücke mal drauf. Jetzt kommt das Ganze. Dann schaltet er. Einmal, zweimal, dreimal. Und man sieht jetzt, sie bleibt dann halt da stehen. Also ich mache es nochmal. Erstmal in die Mitte. Mitte, dann abgezweigt, Mitte, abgezweigt. So, das heißt, hier läuft der Weichentest. Und ja, damit ist eigentlich alles gemacht, was ich machen möchte. So, man sieht jetzt schon, dass wenn ich das jetzt auf den Taster lege. Hier schon eine kleine, naja, für eine Weiche sind das schon ein paar Einträge, die ich machen müsste. Und das kann ich jetzt natürlich für die zweite Weiche machen, für die dritte und für die vierte. Und das Ganze gibt natürlich dann einen richtigen, ich sage mal, eine lange Sache. So, also gehe ich mal hier raus. Ja, und das ist immer noch kein Makro. Das ist halt nur dieser normale Schalter. So, und genau das, was ich hier in diesem Schalter programmieren kann, genau das, was ich hier mache, kann ich halt auch in dem Makro machen. Also, gehen wir jetzt mal zum Makro. Wir rufen mal das Makro auf und wir sagen mal Neu. Wir machen hier was Neues. Dann erscheint hier ein neuer Eintrag. Ich gehe hier auf Eigenschaften. Und ich sage jetzt auch hier zum Beispiel Weichentest Makro B44. So, das haben wir gemacht. Und jetzt kommen hier wieder die Operationen. Jetzt muss ich das alles hier nochmal machen. Das kann ich natürlich machen, aber ich kann es jetzt auch etwas anders machen. Ich sage hier einfach mal OK. Ich kann hier mal wieder rausgehen. Ich mache mir das Leben jetzt etwas einfacher. Ich gehe einfach auf diesen Schalter und kopiere das Ganze mit einfach einem Mausklick und dieser Shift-Taste und Mausklick. Dann habe ich alle markiert. Und dann kann ich dieses berühmt-berüchtigte String C machen oder Ctrl-C, wie es genannt wird. Ich mache mal Ctrl-C. So, dann mache ich hier Abbrechen. und dann gehe ich in mein Makro rein und dann füge ich das da jetzt einfach mal ein. Wo ist es? Makro, Makro, Makro. Da ist es Makro. Doppelklick. Hier ist alles leer. Ich klicke einmal da rein oder so. Und dann mache ich dieses String V, also Ctrl-V. Und dann habe ich alles da drin. Und habe im Prinzip das Gleiche gemacht, wie ich jetzt schon vorher gemacht habe. Also sage ich jetzt mal OK. So, dann schließe das mal. Und jetzt kann ich im Prinzip hergehen, gehe nochmal auf diesen Taster und lösche in dem Taster alles. So, und das muss ich natürlich nicht so machen. Das habe ich jetzt nur als Beispiel gemacht. So, und jetzt habe ich nur den Taster, wo nichts passiert. So, und hier muss ich jetzt natürlich sagen, ja, was soll denn passieren in dem Taster oder bei dem Taster? Und hier soll jetzt genau eben dieses Makro ausgeführt werden. Und deswegen suche ich mir hier Makros raus. So, und da ist das Makro Weichentest 44. Und das sage ich hinzufügen. Und das war es jetzt schon. Jetzt passiert nämlich folgendes. Der Taster ist nach wie vor der Taster, wie ich ihn vorher hatte. Doppelklick heißt, ich habe meine Bezeichnung, Taster Weichentest 44. Ich habe Anschlussbedingungen ist nichts. Da steht jetzt nicht mehr diese ganze Liste, sondern da steht jetzt einfach nur noch ein Aufruf. Hier wird der Aufruf für das Makro gemacht und das ist es dann. So, und wenn ich das jetzt ablaufen lasse, dann passiert letztendlich wieder das Gleiche. Nämlich, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann schaltet diese Weiche einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, und zwar hat es jetzt das Makro geschaltet. Das heißt, der Aufruf geschieht hier in dem Taster und der Makro oder das Makro führt es dann aus. So, wenn ich jetzt mehr natürlich habe noch, dann ist es das Schöne. Das kann man alles ergänzen und erweitern und machen und tun. Nun, ich mache jetzt mal folgendes. Diesen Weichentest hier oben, das ist dann die Weiche G1 bis G, oder auf dem Gleis G1 bis G3. Das heißt also die, die und die. Hier sieht es jetzt etwas anders aus. Das ist genau das Gleiche. Ich gehe mal da drauf. Dann kommt hier wieder mein Weichentest R, also Rangierbahnhof 1 bis 3. Und die Operation heißt Weichentest R, Bahnhof, Gleis 1 bis 3. Also Rangierbahnhof 1 bis 3. So, mehr ist es da auch nicht. Aber bei den Makros habe ich jetzt ein anderes Makro, nämlich dieses hier. Und wenn ich da drauf gehe, dann sehe ich schon hier, das ist etwas mehr, was da drin ist. Und das kann ich alles einfach mir da reinholen und ergänzen und machen. Also, hier erscheint, hier kommt zum Beispiel ein Warnton, also eine Warnmeldung, eine Pop-up-Meldung. Also erstmal kommt ein Ton, dann kommt eine Meldung. Dann halte ich die Züge an, als Beispiel. Dann laufen wieder die Verzögerungen. In dem Fall sind es hier die 500 Millisekunden, also eine halbe Sekunde. Dann kommt hier zum Beispiel die Zugfahrten sperren, die Blöcke sperren. Dann kommen die eigentlichen Weichen, nämlich die 44, die schalte ich dann dreimal. Dann kommt dreimal die 3-Wege-Weiche, oder in dem Fall auch viermal die 3-Wege-Weiche, damit ich halt alle Positionen erwische. Dann kommt die andere Weiche, das ist die hier, die 73. Und danach wird dann wieder eben entsprechend die Blöcke freigeschaltet, die Sperrung freigeschaltet. Die Meldung wird gegeben, Weichentest ist beendet und so weiter. Und es kommt nochmal ein Warnton, damit ich weiß, das ist erledigt. Okay, so, also das ist jetzt schon etwas mehr. Und wie gesagt, das kann man alles auch Copy, Einfügen, Löschen. Da kann ich halt alles reinschreiben, was ich so machen will. So, haben wir gemacht und deswegen können wir das jetzt auch mal ausprobieren. So, abgespeichert ist. So, wenn ich jetzt da drauf gehe, dann erscheint also das, das, das. So, machen wir es mal so. Der Ton kommt, die Weichentests läuft, Doppelkreuzungsweiche läuft. Und die untere Weiche, 73, läuft auch. Der Weichentest ist beendet. Ja, und dann weiß ich, das ist gemacht worden. Genauso gut habe ich das jetzt hier für die anderen Weichen gemacht und werde es dann halt auch noch wieder für alle anderen machen. Das Gute dabei ist, und das sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, bei den Makros ist es so, die kann ich mir ja auch anzeigen lassen. Das heißt, in dem Explorer-Fenster habe ich hier meine Einträge und ich habe hier zum Beispiel die Makros. Die Makros sind hier unten, so, die ich hier verwende. Und hier ist jetzt der Weichentest. Wo ist er denn? Weichentest. Ja, bin ich denn blöd? Da ist er. So, das ist der Weichentest 1 bis 3. Und hier kann ich jetzt mir das so runterholen und kann dann gucken, was da Sache ist. So, und das wiederum kann ich mir auch ausdrucken. Das heißt, ein Ausdruck vom Druckmanager sieht dann zum Beispiel so aus. Ich muss mal eben hier was starten. Da ist er. So, dieser Ausdruck vom Druckmanager sollte jetzt da sein. Ja, der ist auch da. Dann schiebe ich das mal. So, da habt ihr ihn jetzt. Das heißt, hier auf dem, äh, hier irgendwo sollte der jetzt sein, oder erscheinen, ja genau. So, und dann kann ich das halt auch der Ordnungshalber mal abspeichern und, äh, ablegen als Papierausdruck. Und ich sehe dann auch immer schön, was ich gemacht habe in den, äh, ich sag mal, in den Makros und kann halt sagen, ja gut, das ist richtig, falsch. Ähm, ich muss da was ändern und so weiter und so fort. So, nehmen wir das mal wieder weg, den Makroausdruck. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Nehmen wir den auch mal weg. Also, eine ganz gute Sache. So, wie sieht das jetzt, ich meine gut, wie sieht sowas aus? Klar, ich mach mal, ruf mal das nochmal auf. So, und dann erscheint jetzt dieser Weichentest nochmal als Bild. Der läuft dann durch. Das Klackern, die Weichen, kennt er ja alles, ist ja kein Thema. So, also ist der Weichentest beendet. Jo, das war es jetzt einfach mal zum Thema Makros. Also, nochmal, Editiermodus. Wir gehen auf Bearbeiten. Wir gehen hier auf Makros und wir schreiben uns dann hier auch Makros. Achso, hier, hier kann man zum Beispiel sehen, ich habe hier noch ein paar Bahnwärter, Brücke, rot, geschlossen, geöffnet und so weiter. Das sind die, das sind die Makros, die ich eigentlich hier unten für meine Schwenkbrücke habe, die aber noch nicht aktiv sind. Das heißt, die habe ich, hier ist es noch per 1 zu 1 programmiert. Die Makros sind schon vorbereitet, aber ich habe sie noch nicht reingenommen. Das wiederum kann ich ganz gut sehen, auch in dem Fenster, Explorer-Fenster unter Makros. So, wenn ich mir dann diesen, oder wenn ich mir dann den Makro aufrufe, Moment, wo ist es denn da? So, Brücke, was haben wir hier? Brücke, rot. So, die ist geöffnet. Da gehe ich drauf und dann sehe ich, was zum Beispiel hier bei dieser Brücke gemacht wird. Es werden Weichen umgeschaltet, die Spannung wird abgeschaltet, es werden die Blöcke im Prinzip hier gesperrt. Der Block 54, 53, 40 und so weiter, die werden alle gesperrt. So, und hier unten steht verwendet in und da ist nichts verwendet. Das heißt, man kann also auch sehr schön sehen, ja, dieses Makro ist zwar da, es tut aber nichts, weil ich es noch nicht aufgerufen habe. Also, wie gesagt, keine Angst vor Makros, einfach mal programmieren, einfach mal ein bisschen rumspielen. Makros sind insofern übersichtlicher, als wenn ich jetzt irgendwo was in irgendeinem Blog programmiere oder so weiter, wo ich dann hinterher nach zwei, drei Jahren oder nach einem halben Jahr nicht mehr weiß, was habe ich denn da gemacht, was wollte ich denn da eigentlich und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Makros kann ich von überall her aufrufen, wann immer ich sie brauche. Jo, das wäre eigentlich heute meine Sache zum Thema Makro gewesen und sage erst mal wieder und Tschüss. Also, euer Radi. Ciao.